Mutter Gottes, die Liebesflamme meines Herzens ist ein so großes Gnadenmittel für euch, wenn ihr sie mit Glauben, Liebe und Vertrauen annimmt, dass ihr damit eine Vielzahl von Seelen vor dem endgültigen Verderben und Unheil bewahren könnt. Meine lieben sühnenden Kinder, die wirksamste Art der Sühne habe ich euch durch die Liebesflamme bekannt gemacht. Ich möchte, dass euer betendes, demütiges und sühnendes Leben durch meine Liebesflamme für euch und eure Mitmenschen reiche Früchte bringt. Ich segne euch durch die Liebe meines unbefleckten Herzens im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.